Der Shotgun zu ritten ohne Auto-Aim, vor allem wenn ein PC-Spieler vor dir steht, der mit einer Maus sich halt easy einfach wegbampen kann. Aber ich habe mich trotzdem ganz gut geschlagen, dafür, dass ich hier mit Controller gespielt habe ohne Auto-Aim, so was Bauen angeht und so. Klar, ich habe ein bisschen verkackt manchmal so, weil ich ein bisschen nervös war, aber ich wollte das Ganze trotzdem hochladen, deswegen schaut es euch einfach an. Hoffentlich gefällt es euch und viel Spaß mit dem Video. Oh, ähm. Nein, bist du runtergefallen? Achso. Wir sind in der maximalen Bauhöhe. Ja, das ist eine... Ich muss sagen, hätte ich nicht gedacht, also das ist krass, ich bin echt schnell, man, holy shit, ich habe 86. Okay, ich habe der einzige gegeben, ja. Ja. Holy shit. Ja, ich habe, lass ein paar Files auf jeden Fall machen noch. Auf jeden Fall. Okay, krass, hätte ich, habe ich unterschätzt, nicht zugeben. Also, da hast du da, von der Schuhe auf jeden Fall mega schnell. Aber das, das finde ich gut mit diesem, mit dieser Wand da. Ja. Das ist halt echt genau gleichzeitig, ne? Wir haben immer so runterziehen gemacht, dann hat immer einer früher hochgebaut, so. Okay, alles klar, Countern ist, 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 ist bereit. Voll Arena-Feeling hier. Ja, Mann. Voll Arena-Feeling hier. Ja, Mann. Ja, Mann. Okay. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich, auch Mann. Nein, choked! Ich auch! Aber du auch? Okay! Vorsicht, Baum fällt! Nein. Scheiße. Hihi. Oh fuck. War nicht mehr so schlau. Nein, Digga. Hab ich getroffen? Ja. Digga schon wieder. Ja. Nicht wieder, Digga. Nein, nein. Ja, diesmal bin ich ausgewischt. Scheiße. Oh leid. Ah, das ist halt so schwer zu aimen da. Ja.